hallo freunde willkommen zu einer neuen folge minecraft immer hier so weit wir spielen weiter die letzte folge für die woche wir braten hier gerade kartoffeln und glas da kann man direkt nachlegen direkt mal hier bisschen glasplatten machen papier kann auch direkt machen weil damit gehen wir zum villagerdorf dann später rüber genau und wir werden eventuell heute anfangen zu mauern und zwar kommt da birkenholz hin wie unten die außenwände wenn bilden holz wie unten der boden wird netter quart und die decke wahrscheinlich auch netter quart da bin ich mir noch nicht sicher wir haben hier auf jeden fall könnte man machen mal papier habe ich hier noch das muss man mitnehmen das kann rein das müssen können auch mitnehmen genau wir bräuchten hier oben noch ein crafting table auf fall aber das machen wir dann wenn es wenn man soweit sind sind wir gucken quats block ballert hier einfach mal quats blöcke durch dann könnte man hier den hier machen und der gefällt schon sehr das wäre dann unser boden oben das gefällt mir genau wir müssen jetzt dann noch auf die jagd gehen nach bürken die haben wir hier hinten ganz viele auch drüben auf der anderen insel wo wir auch noch hin wollen aber wahrscheinlich dann nächste woche aber erst hingehen genau dann könnten wir legen wir hier noch mal nach und dann gehen wir mal nenner kurz rein und schauen ob wir da auf die schnelle netter quats finden wir dann könnte man ein bisschen was abbauen in der nähe und zum ende der folge hätte ich gesagt dass wir noch zum ende der folge hätte ich dann noch gesagt dass wir eventuell noch rüber zu bilder da fahren und dann da oh shit scheiß habe ich jetzt das kind geschlagen hoffen ich hoffe einfach nicht wenn die kommen dann sind wir richtig 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 ähm gekriegt alter nebenbei level man sie auch gerade noch ordentlich was nicht schlecht ist wegen dem level 30 tier schwert was ich ja gerne hätte wenn wir nicht sterben ist es auch bald möglich insofern wir durch unser zaubertisch schon bis level 30 zaubern kann wenn nicht müssen wir erst noch bücher regale bauen gucken wo drüben wäre noch was oh ne kehren die jetzt auch auf uns los wir haben auch kein gold anna das war jetzt ein schreck moment für mich die werden uns gleich zu hart daran nehmen hier ist auch noch mal was ich habe auch kein gold ein habe ich kein gold rüstungsteil an bisschen was haben wir bis wir den boden wirklich fertig haben wird einiges an zeiten mehr darauf gehen aber so haben wir schon mal wieder ein bisschen so genau wir werden wahrscheinlich erstmal mauern oder sonst birkenholz kümmern erst mal scheiße loswerden erst mal scheiße loswerden das hier und ne die haben wir ja hier ne 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 wir können auch noch kakao mal ernten noch nie gemacht hier können wir noch mehr papier machen ach so lassen wir schnell die smaragde mitnehmen und ein kompass noch kraften dann könnten wir nämlich diese karte auf vom see die see karte da holen kompass und smaragde braumer ja und das hier papier und kompass perfekt jetzt geht es mal rüber jetzt wird es dunkel ja pennen wir drüben mal bildet hat auch scheißegal drüber noch ein bisschen sogar ernten haben wir noch mehr papier und nächste woche könnte ich mal darauf einstellen dass wir überfahren auf diese andere insel und zwar ein bisschen umschauen schätze ich mal dass wir das machen unter anderem auch diese in der anderen schauen wir uns auch die 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 menschen den miedenschacht an und der miedenschacht will ich mir anschauen und das unter wasser teil können wir uns mal anschauen hätte ich gesagt neuer nice wir müssen schon dass wir ihn auch eingebaut kriegen durch hier müssen schon der muss auch eingebaut werden ich will den auch einbauen einfach dass wir den haben und auch leveln können ich will nichts von dir oder verfolgst du mich komm mach was du willst gehen wir erstmal zu dem bre 13 dann holen wir uns auf jeden fall die und das machen wir und glasscheiben nice dass er wieder abgegradet wo ist jetzt der prä kann der auch schon was den müssen wir einbauen dann gehen wir mal kurz zu dem ups genau der das war der mit dem verrotteten fleisch was hat der jetzt noch zu bieten waldentdecker karte ozean entdecker geil der hat richtig viel stoff für uns finde ich gut finde ich gut und für ein kompass ein emerald ist auch nice geil gut 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 so was bist du für einer wo ist jetzt der andere brä wir müssen den einbauen nicht dass wir uns stirbt so unfähig wo ist der hin wo ist er hin wo sein wo sein wo sein hä der dränge der dränge fuzzi da ist er er ist im haus geht er rein scheiße man jetzt haben wir da kriegen wir eisen rüstung sagen wir mal das müssen wir jetzt halt schmerzhaft upgraden und dann kriegen wir da bestimmt richtig geile rüstung von dem hoffe ich perfekt und dann schauen dass die anderen bullies dann auch noch fähig werden oder was ist er er ist auch noch mal so ein papier mensch aber gut den haben wir ja jetzt schon einmal gut bei gelegenheit kann man auch einsparen ein gelehrter wir haben jetzt wie gesagt ich will ja nicht dass die sterben müsste dann können wir da nämlich echt geilen shit jetzt können wir mal gucken was sie mit der ocean karte da zeigt uns irgendwas an irgendein dungeon wenn man dann die wald karte dann auch noch können und ich will auf jeden fall ausprobieren ob wir zweimal dieselbe karte kriegen also bei der ocean karte ob wir zweimal dieselbe kriegen oder ob wir dann eine andere bekommen wenn wir das jetzt nochmal machen können wir auf jeden Fall noch fett hoch ne ist der schon max level bist du schon max level ich glaubte ist schon max level ich habe keine ahnung ob du jetzt nochmal upgraden kann oder nicht aber wir kriegen auf jeden fall günstig ich glaub schon können wir noch einen wir sind schon wieder fertig mal mal schnell zu wenig papier egal gut wir sind fertig nächste woche geht es dann weiter wir werden uns noch ein bisschen mit den villager beschäftigen und hier drüben mal vorbeifahren hätte ich gesagt dann würde ich sagen wenn es dir gefallen hat likenabreden kommt ihr wisst auf jeden Fall und bis zum nächsten mal peace out und ciao